Heute Abend einen nervösen Gastgeber, der sich natürlich freut, dass die stellvertretende Ministerpräsident kommt, dass der Oberbürgermeister Reiter kommt, dass der BLM-Präsident Sigi Schneider kommt, dass die Gesellschafter kommen, dass ehemalige Gesellschafter kommen, dass viele, viele Kunden kommen und Freunde, Moderatoren, die uns begleitet haben. Also es ist eigentlich, wenn du Gäste einlädst und die kommen auch, ist eigentlich das Beste, was da passieren kann. Und erwarten tut die Gäste natürlich ein schönes Programm, ein wunderbares Programm. Hier Show-Acts, Artisten, großartige Leute, ein wunderbares Essen vom Sterne-Koch Don Alfonso Schubeco und auch ein paar Überraschungen. Wir haben ein paar Sachen eingebaut, wo man denkt, naja, das könnte eigentlich ganz gut dazu passen. Und also ich freue mich selber drauf und hoffe, dass alles gelingt. Aber in erster Linie ist ja immer, wenn es fest ist, freut man sich drauf. das war's. Oh, der weiß ich nicht. Oh, der weiß Ferr będzie. Vielen Dank. Vielen Dank.